Wir werden das Flüchtlingsthema allein in Deutschland nicht lösen können. Wir brauchen von Europa die klare Zusage, dass die Sicherung der Außengrenzen eingehalten wird, dass also Schengen gilt und dass auch die Vereinbarungen für Dublin weiterhin gelten, bis wir ein neues Regime haben. Und wir erwarten auch, dass in Europa solidarisch gehandelt wird und dass Flüchtlinge nach einer entsprechenden Quote auf ganz Europa verteilt werden können. Wir haben dann in dieser Woche auch das Treffen der Länder mit dem Bund, den sogenannten Flüchtlingsgipfel. Dazu hat die Koalition ein Gesetzespaket vereinbart, das eindeutig die Handschrift der Union trägt und das an diesem Donnerstag mit den Ländern besprochen wird. Und ich erwarte, dass die Länder da auch zustimmen. Ich weiß, dass es vor allem bei den Grünen den einen oder anderen Vorbehalt gibt, aber da hilft nur die Erkenntnis des Tübinger Oberbürgermeisters Palmer. Der sagt, wer Verantwortung vor Ort trägt, der muss sich der Wirklichkeit stellen. Und da würden die Grünen noch einen Weg gehen müssen, der nicht immer ganz einfach wird. Ich denke aber, dass diese große Herausforderung, die größte in der Nachkriegszeit, als gesamtstaatliche, gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird von allem und dass wir dann diese Aufgabe, die uns jetzt gestellt ist, auch lösen können. Wir haben dann in dieser Woche im Deutschen Bundestag auch eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zu einem etwas anderen Thema, nämlich der Nachhaltigkeitsstrategie, die bei der UN diskutiert wird. Aber sicher wird das Thema Flüchtlinge auch eine Rolle spielen. Und da werden wir dann auch über die Ergebnisse des Gipfels von morgigem Mittwochabend sprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020